Frau Zasch, im Beitrag haben wir eben gerade die klassischen Umtauschregeln gesehen, aber man muss sicherlich auch noch so auf ein paar Kleinigkeiten achten. Wie sieht es denn da zum Beispiel bei so Kleidungsstücken aus? Da werden ja oftmals die Etiketten abgemacht. Ist das sinnvoll? Also im Grundsatz gilt, wenn Sie ein Produkt umtauschen möchten, zum Beispiel Kleidung oder sonstige Gebrauchsware, Sie müssen nicht unbedingt das Etikett dranlassen. Die Etiketten, Preisschild und so weiter ist keine Bedingung, um ein Produkt umzutauschen. Entscheidend ist, das Produkt ist neu, es ist nicht gebraucht und es ist nicht geschädigt. Die weiteren Bedingungen, die vielleicht der Verkäufer sagt, nur mit Originaletikett, ist es eigentlich ein zusätzlicher Hinderungsgrund, der auch nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Es ist nur eine Erleichterung für den Verkäufer, damit er weiß, die Ware ist da nicht gebraucht und sie kann noch ohne Beschädigung wieder zurückgenommen werden. Wie sieht es denn aus? Jetzt durch Corona haben ja natürlich auch viele die Sorge, in den Laden zu gehen. Kann man denn auch die Sachen online zurückschicken? Andersherum ist das ja möglich. Ja, es hängt vom Verkäufer ab. Wenn er zum Beispiel sowohl einen stationären Handel hat als auch einen Online-Handel, müsste man es anfragen, ob es möglich ist. Es ist natürlich sinnvoll durch Corona, aber der Händler ist nicht dazu verpflichtet. Also wenn er nur einen stationären Handel hat und er möchte das nicht online anbieten, muss er auch nicht, dann müssen sie eben dafür sorgen, wie sie eben vor Ort das Produkt zurückgeben, umtauschen, reklamieren, je nachdem, was sie eben geltend machen möchten. Viele haben jetzt sicherlich auch an Weihnachten Gutscheine geschenkt bekommen. Besteht da die Möglichkeit, diese umzutauschen, wenn das jetzt nicht der passende Laden für einen jetzt war? Oder gibt es da eine Regel oder einen Unterschied zwischen Online und Ladengeschäft? Im Grundsatz nicht. Also egal, ob sie Waren online kaufen oder auch vor Ort, es ist ein Produkt, es ist eine ganz normale Sache und dann findet Kaufrecht Anwendung. Und im Kaufrecht ist es so, wenn etwas mangelhaft ist oder sie ein Umtauschgewährleistungsrecht haben, das ihnen der Verkäufer zur Verfügung gestellt hat, dann können sie das Produkt auch zurückgeben. Da ist es jetzt kein Unterschied, ob sie das jetzt als Gutschein haben oder eine Ware direkt gekauft haben. Man muss eben nur wissen, sie haben laut Gesetz eigentlich kein Umtauschrecht in dem Sinne. Das Einzige, was ihnen der Verkäufer zubilligen kann, ist aus Kulanz, dass er sagt, vor Weihnachten biete ich ein Umtauschrecht an, ohne große Frausetzungen, ohne Komplikationen. Sie können das Produkt zum Beispiel bis Ende Januar zurückgeben und halten den Preis zurück. Aber im Grundsatz muss der Verkäufer eine gekaufte Ware nicht abnehmen, wenn sie nicht beschädigt ist oder mangelhaft ist. Vielen Dank, Frau Zasch. Dann wissen jetzt die Leute auf jeden Fall Bescheid. Gerne.